Milko Boland ist ein deutscher Fußballspieler. Seit Januar 2009 ist er Mittelfeldspieler bei Eintracht Braunschweig. Karriere Boland spielte in der Jugend beim SV Res FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg, wo er 2008 auch seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieb. Zur Saison 2008-09 rückte er in den Profikader des MSV Duisburg für die zweite Fußball-Bundesliga auf. Im Dezember 2008 verkleinerte der neue MSV-Trainer Peter Neururer den Profikader um einige Spieler, unter denen sich auch Boland befand. Zwischen 2006 und 2008 absolvierte er 71 Partien für die zweite Mannschaft des MSV. Anfang Januar 2009 wurde sein Vertrag beim MSV aufgelöst und er konnte ablösefrei zum Drittligisten Eintracht Braunschweig wechseln. In seinem Liga-Debüt für die Eintracht am 14. Februar 2009 gegen Kickers Emden gelang ihm der 2-1-Sieg-Treffer. In der Saison 2010-11 gelang ihm als Meister mit Eintracht Braunschweig der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Er verlängerte daraufhin seinen laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2014. In der Saison 2012-13 erzielte er vier Tore und bereitete sechs Treffer vor. In der Rückrunde stürzte er aber in ein Leistungsloch und verlor kurzzeitig sogar seinen Platz in der Startelf. Am Saisonende stieg Braunschweig als Tabellenzweiter in die Bundesliga auf, in der er am 10. August 2013 bei der 0-1-Niederlage im Heimspiel gegen Werder Bremen debütierte. Sein erstes Bundesligator erzielte er am 20. September 2013 bei der 1-4-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Treffer. Zum zwischenzeitlichen 1-2 in der 58. Minute. In der Bundesliga konnte die Eintracht nicht mithalten und stieg am Ende der Saison ab. Am 19. März 2014 hatte Boland seinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Erfolge Aufstieg in die Bundesliga mit Eintracht Braunschweig Aufstieg in die zweite Bundesliga mit Eintracht Braunschweig als Meister der dritte Liga. Erfolge Erfolge